Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Jannik hat ein Video hochgeladen, wo er über seine Lieblingsalternativen zum Oblaco M redet. Es suchen immer noch viele Leute nach dem Oblaco. Es gibt viele gute andere Köpfe, teilweise auch viele bessere Köpfe auf dem Markt. Und wir gucken mal, welche Jannik uns da so empfehlen kann. So, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Vorab erstmal vielen, vielen Dank für euren Support, denn wir haben dieses Jahr noch die 10.000 Abonnenten geknackt. Ihr habt es vielleicht gesehen im letzten Stream mit dem lieben Marvin. Schönen Grüße an dieser Stelle an SWG. Wir haben die 10.000 Abonnenten geknackt. Ich bin sehr stolz und wollte mich einfach mal für euren Support bedanken. Und ja, ihr habt es schon im Titel gelesen, um was es sich dreht. Und zwar um Alternativen zum Oblaco M. Ich glaube, kein Kopf war dieses Jahr so gehypt wie der Oblaco M. Er ist überall ausverkauft. Ich kann ihn euch mal zeigen. So sieht das gute Stück aus. Genau den habe ich übrigens bei Jannik geraucht. Genau den Kopf. Ja, in vielen Colorways. Es gibt ihn in der Mono-Version. Es gibt ihn auch unter anderem noch in der Somo-Version. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele verschiedene Colorways. Und alle Colorways haben eine Sache gemeinsam, denn sie sind fast dauerhaft ausverkauft. Kurz für die Leute, die fragen, wann gibt es wieder Oblaco M? Wo gibt es den Oblaco M? Geht einfach auf Google. Gebt Oblaco M ein. Geht die ersten zwei Seiten durch. Und dann solltet ihr vielleicht einen Shop finden, der den Oblaco M aktuell hat. Aber ja, mit Oblaco M soll es sich heute gar nicht weiter drehen. Denn ich stelle euch meine Favorite Alternativen vor. Zum Oblaco M, die ich euch empfehlen kann vorab, bevor ich euch die Bowls vorstelle. Ich habe den Califa Funnel und den Lit Lip nicht getestet. Von daher, jetzt seht ihr meine Favorite Alternativen zum Oblaco M. So, fangen wir mit dem ersten Kopf an, welcher tatsächlich auch mein Favorite Kopf of all time ist. Also es ist mein Favorite Kopf. Es gibt sehr viele Colorways von. Und zwar ist es der Somo X Alpaca Huacaya. Ich wollte es gerade noch callen. Ich wollte es gerade noch callen, aber ich habe es nicht gesehen. So sieht der Kopf aus. Das ist der Konfetti Colorway. Und hier leider auch die schlechte Nachricht. Dieser Kopf ist in allen Colorways voll ausverkauft. Es wird 2021 auf jeden Fall einen Restock geben. Aber dazu kann ich euch jetzt nicht mehr sagen. Der Huacaya ist wirklich ein richtig, richtig, richtig guter Funnel. Also safe einer der besten Köpfe. Der kostet 32,90 Euro, ist mein Favorite Kopf, aber leider aktuell ausverkauft. Deswegen gehen wir schnell weiter zum nächsten Kopf. Der nächste Kopf ist nämlich verfügbar. Es kam wieder ein Restock rein. Ich glaube in acht verschiedenen Colorways. Zwei sind schon ausverkauft. Es ist der Somo, beziehungsweise der Huka John X Somo jetzt in diesem Fall. Harmony Bowl, also die Harmony Bowl, kostet 27,90 Euro und ist aktuell noch bei Somo Europe im Online. Auch ein unglaublich geiler Kopf. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob Oblaco in den mittlerweile überholt hat, aber vor der ganzen Oblaco Madness, die dieses Jahr so passiert ist, war die Harmony Bowl wahrscheinlich mein meistgerauchter Kopf dieses. Also ever. Also von Funnel. Einer meiner Favorite Funnel, definitiv nach dem Alpaca Huacaya. Gefällt mir optisch sehr schön. Hat meistens so eine farbliche Teilung. Und ja, könnt ihr gerne selber abchecken. Das ist auf jeden Fall meine zweite Alternative, die ich euch gerne nennen wollte. Kommen wir mal zu dem nächsten Kopf, der auch noch verfügbar ist. Und zwar habe ich den Kopf erst, ich glaube, letzte Woche bekommen im Stream. Schönen Grüße an Huka Werke. Ah, das ist der Huka Werke. Und zwar gibt es diesen Kopf, ja, erstmal zu dem Kopf, es ist die Nova, also Smoke Lab. Nova Harmony Bowl M. So sieht der Kopf aus. Es gibt ihn aktuell noch in sechs verschiedenen Colorway. 20 Euro ist ein netter Preis. 20 Euro für einen guten Funnel, finde ich gut. Auf Huka Werke, dort könnt ihr auch 10% mit dem Code Kassel10 sparen. Und der Kopf eignet sich wirklich super gut für den Color Lotus 1+. Hat auch hier so kleine Funnel-Schlitze noch. Also ich meine, bei dem Durchzug oder durchzugstechnisch braucht ihr euch bei keinem der Köpfe Gedanken machen. Aber hier gibt es nochmal so Schlitze dazu. Die Colorways sind auch sehr nice. Und ich mag das auch, wenn ihr hier so eine raue Kante habt. Hat man das? Ich weiß es nicht. Das ist echt geil. Dann sitzt euer HMD deutlich besser drauf. Also auf den meisten Köpfen sitzt ein HMD nicht besonders fest. Wenn man auf Abstand raucht, solange man auf Kontakt raucht, also das sitzt ja schon relativ gut hier. Also es sitzt schon sehr fest, weil sich die Smokebox dann natürlich an den Tabak festzieht und dann mit dem Tabak eben verbunden ist. Und dann sitzt das relativ gut. Wenn ihr auf Abstand raucht oder auf wenig Kontakt raucht, dann ist es immer sehr nice, wenn es diese raue Kante gibt. Dann sitzt die Smokebox einfach noch ein bisschen geiler auf dem Kopf. Kostet 19,90 Euro. Also relativ günstig im Vergleich zu den anderen Alternativen. Ist verfügbar auf Huckerberg. Könnt ihr gerne abchecken. Und wir kommen zur nächsten Alternative. Die nächsten Alternativen, beziehungsweise die nächsten zwei, sind leider auch nicht verfügbar. Die erste Alternative ist die Gliener Harmony Bowl. Ja, ich glaube, das ist die Gliener. Auch ein sehr, sehr nicer Kopf habe ich auch da. Ist auch eine wirklich gute Alternative. Also ich wusste jetzt nicht auf M, aber es ist auf jeden Fall die Gliener Harmony Bowl. Gibt es auch bei Shisha Union mit Code SWG10, Leute. Schlau sein, reingespart. Dieser schöne Colorway hat hier oben nochmal so ein schwarzes Depot. Ist auf jeden Fall sehr nice. Ja, Gliener Harmony kostet 27,90 Euro. Ist leider auch bei Wolke 7 in allen Colorways ausverkauft. Wenn ihr an einen rankommen solltet, könnt ihr euch ihn auch definitiv zulegen. Sehr, sehr nicer Kopf. Die nächste Alternative, wenn wir schon bei dem Thema Harmony sind, kommen wir zum nächsten Kopf. Und zwar die Telamon Harmony Bowl. Ich glaube, der Kopf hat im Jahr 2018, lasst mich nicht lügen, den Award gewonnen auf dem John Cayano Festival. Ich finde den Telamon Harmony ja echt gut. Aber auch super hässlich. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Aber ich persönlich finde den halt wirklich null schön. Leider. Es ist ein Kopf aus Russland, wie auch die Nova Bowl. Der Telamon Harmony Kopf. Ein wirklich sehr, sehr nicer Kopf. Vom Design her mega. Ist mal ein bisschen was anderes, aber gefällt mir optisch sehr gut und lässt sich auch wirklich sehr gut rauchen. Das Depot ist, wie bei den anderen, vergleichsweise immer 20 bis 25 Gramm, sage ich einfach mal. Und ja, leider ist dieser Kopf auch überall ausverkauft. Es gibt die manchmal bei Wolke 7. Aber ja, leider aktuell ausverkauft. Deshalb kommen wir zur nächsten Bowl. Also wie auch bei vielen Köpfen, die wir schon hatten, diese Bowl ist leider auch ausverkauft. Und sie kam wirklich online. Janik, ich mache ein Video zu Oblaku-Alternativen, weil der immer ausverkauft ist. Auch Janik, der ist ausverkauft, der ist ausverkauft, der ist ausverkauft, der ist auch ausverkauft, der ist übrigens auch ausverkauft. Den kriegt ihr. Ne, der ist auch ausverkauft. Den könnt ihr vielleicht noch finden, aber meistens ausverkauft. Aber es ist im Moment halt auch einfach scheiße schwer. Die meisten guten Funnel sind im Moment dauerhaft einfach ausverkauft. Also no front on Janik, aber ich fühle es leider zu sehr. War, ich glaube, eine Stunde später weg. Es ist ein Kopf von Marta Leon. Der Marta Leon Kopf, Lumos Bowl heißt der Kopf, glaube ich. Kostet 27,90 km in, lasst mich nicht lügen, vier Colorways raus. War, wie gesagt, direkt weg. Und es ist auch eine super Alternative. Wirklich ein sehr, sehr souveräner Kopf. Wenn ihr drankommen solltet, vielleicht ist er noch im Shanty Shop in Göttingen oder Hillesheim verfügbar. Ja, wenn ihr Alternative sucht, könnt ihr euch diesen Kopf zulegen. Sehr, sehr nice. Der Kopf, den Janik nicht drin hat, den ich da am ehesten empfehlen würde, wäre der Huka in Lit Lip. Ich benutze den Kopf so oft und so gerne und er ist so hervorragend nice. Also gerade für normale Sessions alleine. Also wenn ihr mit mehreren Leuten raucht, würde ich euch nicht den Lit Lip empfehlen, weil dafür geht zu wenig Tabak rein. Es ist schon ein relativ tabak sparender Kopf. Aber für eine normale Session, für eine Person alleine ist der Lit Lip wirklich eine super geile Alternative. Und es gibt ihn fast immer. Guckt mal bei Huka in Store vorbei. Da könnt ihr auch mit SWG 10 nochmal 10% sparen und mich auch ein kleines bisschen mit eurem Einkauf supporten. Wir kommen zum nächsten Kopf, beziehungsweise die nächsten zwei Köpfe solltet ihr auf jeden Fall kennen. Habt ihr schon öfter bei mir gesehen. Ich habe den Kopf auch jetzt in letzter Zeit im Stream mit dem lieben Ayosha sehr oft verlost. Es ist ein sehr neißer Kopf und zwar der Ocean 68. Der Kopf ist glaube ich auch schon seit 2019 auf dem Markt. Hat hier eine sehr, sehr nice Glasur. Läuft hier so runter, ist bei allen Colorways glaube ich so. Und ist verbrauchstechnisch auch vergleichbar mit den anderen. Ja, kostet 19,90 und ist tatsächlich noch in sehr vielen Colorways bei Ocean verfügbar. Also ja, wenn euch der Kopf optisch am besten gefällt, bei Ocean gibt es ihn auch in sehr vielen Colorways. Und ja, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Kopf, der tatsächlich auch noch verfügbar ist. Der ATH Traverton. Oh ja, sehr geiler Kopf. Und so sieht das Kunststück aus. Ist von Hart. Für mich nicht so wirklich eine Alternative zum Oblaco, weil es halt schon ein sehr tabaksparender Kopf ist. Für mich ist es eine Alternative zu der Japona Mami Bowl, weil die einfach 35 Euro kostet auf einmal. Ist einfach 8 Euro teurer geworden. ATH Traverton, sehr gute Alternative zu der Japona Mami Bowl. Kostet nochmal 25 Euro. Kriegt man aber auch bei ATH mal für 24,27. Kriegt man aber auch, sobald er wieder verfügbar ist, wieder bei Shisha Union mit Code SWG10. Für statt 25 Euro, für 22,50 Euro. Schnapper. Im Vergleich zum Mami Bowl auf jeden Fall. Kostet 24,27. Also preislich alle relativ im selben Rahmen. Alle in derselben Liga. Und auch eine super Alternative. Also kann ich euch auch ins Herz legen. Auch die Colorways sind hier teilweise sehr nice. Der Colorway hier gefällt mir zum Beispiel auch sehr gut. Und ihr könnt auch zum Beispiel, wenn ihr eine ATH habt, den Kopf sehr gut kombinieren. Formtechnisch gefällt er mir auch sehr gut. Also der auf jeden Fall auch eine sehr gute Alternative. Also was ATH dieses Jahr in Köpfe rausgebracht hat. Super, super, super geil. Die letzten zwei Alternativen sind leider auch aus Verkauf. Beziehungsweise einen habe ich noch gefunden. Und zwar habt ihr des Öfteren bei mir gesehen. Ich rauche eigentlich sehr gerne Masthelf in diesem Kopf. Ich weiß nicht warum. Aber auch zu dem Mahala Invoke V2 muss ich sagen. Diesen Kopf solltet ihr für circa 20 Euro finden. Sagen wir mal zwischen 18 und 20 Euro solltet ihr diesen Kopf finden. Super nicer Kopf. Hat nicht die beste Verarbeitung der Welt. Der kommt aus Brasilien. Der ist made in Brazil. Pi mal Daumen 20 Euro. Super nicer Kopf. Mehr? Nein. Auf keinen Fall. Aber es ist der Mahala Invoke V2. Jetzt hier in der SOMO Version kam damals auch bei SOMO und sehr viel Colorways raus. Ist bei SOMO komplett ausverkauft. Und 25 Euro ist zu viel Geld. Das sind wie gesagt auch sehr nice Colorways verfügbar. Ist ein wenig flacher als die anderen Köpfe tatsächlich vom Depot her. Aber lässt sich mindestens genauso gut rauchen. Also auch hier dieser Kopf. Ein sehr, sehr nicer Kopf. Habe ich im vergangenen Jahr auch relativ oft geraucht. Und ich würde sagen, der letzte Kopf ist der Koloss Grown. Das ist glaube ich. Ja, die sind auch nicht schlecht. So das gute Stück aus. Ja, sehr schöne optische Bowl. Ist auch aus Russland. Aber leider auch komplett ausverkauft. Den hatte ich damals von Albano. Das Besondere hierbei ist, dass er hier glasiert ist. Und innen drin ist er auch matt. Ich mag es irgendwie, wenn die Köpfe oben so eine matte Stelle haben. Oder mattes Depot. Ich weiß nicht warum. Und das war eigentlich schon der letzte Kopf. Ja, preistechnisch habe ich tatsächlich auch nichts gefunden. Also das ist der Koloss Grown. Ich glaube, er lag bei zwischen 25 Euro und 30 Euro, glaube ich. Lasst mich nicht lügen. Ich weiß es nicht genau. Aber er ist aktuell auch nicht verfügbar. Wenn ihr eure Hände dran bekommt, dann legt euch einen zu. Ist auf jeden Fall auch eine gute Alternative. Und ich würde sagen, ich habe euch jetzt hier 10 verschiedene Bowls vorgestellt, die sehr gute Alternativen zum Oblak OM sind. Meine Favorites habe ich euch, wie gesagt, eben genannt. Huacaya ist mein persönlicher Favorite. Ja Leute, das waren die Lieblingsalternativen zum Oblak OM. Vom guten Yannick von Aljoscha und Yannick. Ich finde, es sind einige sehr nice Köpfe dabei gewesen. Viele gute Alternativen. Könnt ihr auch mal gucken, ob ihr eine von denen noch bekommt. Wir schauen, was wir nun mal ab. Wir schauen, was wir hier? Vielen Dank.